Es gibt 37 Arten von Fasnitzfieber, die Sie selber behandeln können. Für alle gibt es die Lumpenkapelle Eitrach. Die Lumpen aus Eitrach kombinieren Ihre Mitglieder so ideal, dass der Spaß 15 Minuten früher kommt. Genau auf den Punkt. Lumpenkapelle Eitrach, auf den Punkt gegen Fasnitzfieber. Zu Risiken und Nebenwirkungen besuchen Sie die Homepage oder fragen unsere Orgas oder musikalischen Leitungen.